Habakut! Ja? Meinst du das ernst? Ja, natürlich meine ich das ernst. Aber das dauert doch ewig. Nein, überhaupt nicht ewig. Halt jetzt endlich deinen Maul. Du bist gerade eh verklagen. Aber... Verzeiht ehrenreiche Gäste. Könnt ihr vielleicht in einer Stunde nochmal wiederkommen. Das hältst du wirklich konzentriert. Jetzt lass dich mal. Ja, genau. Vielleicht hat ja jemand von euch einen neumodisch Taschendrachen dabei. Nee, ich hasse Taschendrachen. Ich will keinen Taschendrachen. Ich will keinen? Verzeiht! Hat vielleicht jemand von euch keinen Taschendrachen dabei? Ja, warte nochmal, kannst du jetzt endlich deinen Maul halten. Schön, dass du gekommen bist. Ja, die Zeit zu überbrücken, dass du dein Ding hast oder die Zeit zu über... Ah! Moment, das bringt Unglück! Das geht nicht! Ja, das geht auch ohne! Seid krank! Ihr habt euch wohl! Und schon zingelt auf der einen Seite eine kleine Flamme nach. Und jetzt muss ich nur noch auf der anderen Seite sitzen und dann bin ich schon fertig. Schaff ich gar nicht ohne euch heute! Ja? Meistens! Ja? Ja? Ja! Ja, ja! 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 Musik 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 Musik